Klopp! 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 Gedenken wir diesen Tag, an dem Nulzen und Kunga 24 Stunden aus den ESL Studios streamen werden! Klopp! Warte, ich zeig direkt den Leuten meinen Modus, wenn ich gar keinen Bock mehr hab, ne? Genau, und ich hab hier so mein Schales-Decke so, falls wir ein bisschen chillereien. Ja, dann macht Nulzenjäger den hier. Dann ist er weg vom Fenster, wie die meisten Knastausbrecher. So! Was ist mit dir? Kennst du das, wenn du rülpsen und dann kommt Kohlensäure durch die Nase? Warte, ich kann mein Aussehen ändern. Schon der hier bin ich, oder? Warte, zeig nochmal die anderen. Ja, ich würd auch schon sagen, der Gelb, ne? Jens ist da! Hallo! Ah, das haben wir kein Jens mehr. Da kommt Jens! Tag, Leute, ey! 1 Präsentbox! So! Hallo! Soll ich direkt die Tüte, aber man dürfte Unboxing machen. Besten machen wir, weil der Fisch geht noch ein Stück besser. Ja! Okay! Oh! Schokomell! Was ist das? Boah, wie kannst du das nicht kennen? Das ist echt kein Schokomell. Nein, was ist das? Ist das einfach nur Kakao in der Box? Das ist nicht Kakao, das ist schlüssige Schokolade. Boah! Fairtrade Nougatwitz! Aber nicht! Aber wir sind Fairtrades! Du warst Nidl, ne? Ja klar! Weißt du, das ist perfekt. Das tut man dann nämlich in Schokomell rein. Mini-Schinken-Mettwurst! Wow! Aber ich bin doch Vegetarier! Alter, Fleischesser sind Misits! Wollte ich nur mal so sagen. Grüße gehen raus, Alena Vanille! Lederts! Prinzen-R-Nee! Captain Rondo! Captain Rondo! Captain Rondo! Captain Rondo! Wenn die Menschen wüssten, was das alles so einen Hintergrund hat. Boah! Laba nicht, Alter! Mandelwilch! Laba nicht! Das war's für mich, weil ich bin Veganer. Ich krieg safe noch meine Vitamine heute. Heftig, Alter! Pistazien ist auch mega geil! Alter, Laba nicht! Er rastet komplett aus und... Milchbrötchen! Boah, geil, Alter! Heftig! Ich esse meine Pommes immer rot-weiß! 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 Ich esse meine Pommes immer rot-weiß! Skrrr! Ich stehe die einfach noch vor! Bist du da? Ja! Take out the enemies! Ja, ja, da. Ich sag doch, wir sind ein krasser Clan. Wie ich den einfach weggepumpt hab. Manuel, in Deckung! Pfff! Ja, genau! Schieß direkt auf mich! Ob Polygansch wisst, wer ich eigentlich bin. Hilft, die Produktionsvorräte... Boah, Junge! Der Typ, der bei mir am Dingens ist, hat einfach gemacht, dass wir jetzt Cops haben. Und dadurch kann ich's nicht abgeben. Und jetzt kommen hier... Och, Mann! Hör doch auf damit! Schimm mal bitte, Nico! Ich hab' abgegeben! Gut, dieser! Wenn du Eier hast, springst du jetzt aus dem Heli, Fallschirm, Instantlandung. Wie, Fallschirm, Instant... Hä, was? Du springst aus dem Heli, Fallschirm, Landen, wenn du Eier hast. Wie, Fallschirm, Landen ist doch kein Problem. Ja, wenn du Eier hast, mach! Okay. Wo ist das Clubhaus? Unter mir ist das dieses Orangenehaus. Ja. Pass auf, ich mach jetzt Safe-Call, guck! Hätt' ich noch ein bisschen ausreizen können eigentlich. Pass auf, Safe gegen Hauswand! Safe gegen Hauswand! Oh! Oh! Ja, ich muss mir nochmal 200 kaufen. Du hast perfekt eine Rolle über die Mauer gemacht. Weil der mit Fuß dagegen gekommen ist, hat er das so berechnet. Und dann in der Luftrolle optimal, Manuel, du wurdest besiegt. Guck mal jetzt, guck, das mach ich immer gerne. Weil dafür kriegst du keine Sterne. Wenn du den Body-Check einfach gibst? Ja. Und irgendwann können die sogar sterben. Du komplett Asshole! Guck hier, es geht ab! Ja. Aber... Es ist trotzdem... Weil wir ein bisschen... Boah, korrekter Spawn! Nein, das wär doch Trinkgeld! Ja! Habt ihr gesehen, Leute? Sagt nicht, das war heftiges Gameplay! Und so... Hier ein Tipp für dieses Game. Warmax.ro heißt das. Wenn ihr seht, irgendwo explodiert ein großer. Überstürzt nichts. Checkt ab, wie die leben. Weil die Leute, die gierig sind, werden eh sterben. Dann... Bunten. Guck mal, den können wir auch grabben. Der ist dumm. Und... Guck mal da, der ist gestorben. Chillt ein bisschen. Guck, da werden jetzt noch viele sterben. Wartet ab. Guck da. Ich sag doch, Leute. Immer nur abwarten. Und dann nix überstürzen. Und da werden noch genug sterben, sehr wahrscheinlich. So wie ich zum Beispiel. Weil ich überstürzt hab. Gieriger. Gier, Leute. Gier. Ihr müsst immer aufpassen bei Gier. Einfach chillen. Wenn's der Rote ist, weil ich ihn killen muss. Boah, der Weihnachtsmann ist heftig, aber der gehört mir. Dann müsst ihr aufpassen. Ja, ja, ja. Guck, aber guck, der ist durch Gier gestorben. Alter, wie close. Leute, grad war ich wieder gierig, aber manche muss man Standpunkte klar machen. Hier ein bisschen chillen. Warum hat Manuel keinen Bart? Endlich ist der down, der Rote. Der hat mich eh schon die ganze Zeit genervt mit seinen Wannabe-Skills, die der nicht hat. Ich hör selbst. Guck mal. Die regen mich alle auf mittlerweile. Mit ihren Möchtegern-Skills hier. Tanzen die an. Legen voll das Verhalten an den Tag. Voll die Loser. Tragen die Elemente scheiß mal auf. So, mal gucken, ob die jetzt hier auch ausrasten. Bevor wir rausgegangen sind grad eben, ne? Frische Luft holen. War ich richtig vital. Und dann frische Luft. Many guests need a toilet. Machen wir mal ne Toilette für die. Wo ist denn Toilette überhaupt? Wo ist denn Toilette überhaupt? Wo ist denn Toilette überhaupt? Ganz normale Kack Toilette, äh geht. Und diese eigentliche so. Und das halt. Und das halt. Was ist dann von Toilette, äh geht. Von Wo ist denn Toilette überhaupt geladen.